Als Vielspieler und Content-Creator habe ich in der Vergangenheit schon das ein oder andere Brettspiel gekauft und tatsächlich dann auch direkt bereut. Ich möchte euch heute zehn Spiele vorstellen, die ich gekauft und dann direkt wieder versucht habe zu verkaufen. Teilweise ist mir das gelungen, teilweise liegen sie immer noch an meinem Regal, weil ich sie nicht loswerde. Das heißt nicht, dass das schlechte Spiele sind. Der Spielgeschmack von uns ist natürlich sehr unterschiedlich. Vielleicht ist das Spiel ja nicht ganz gut angekommen bei mir, weil ich vielleicht auf andere Spiele stehe oder ich habe es irgendwie auch nicht begriffen. Aber ich möchte euch heute meine Top 10 Spiele vorstellen, die ich gekauft habe und bei denen ich den Kauf direkt bereut habe. Auf geht's! Bevor wir mit dem ersten Spiel starten, möchte ich aber natürlich von euch wissen, welche Spiele habt ihr vielleicht gekauft und habt es hinterher bereut. Vielleicht habt ihr auch Spiele, bei denen ihr es nicht bereut habt, weil ihr sie dann so oft gespielt habt, dass es dann irgendwie gut wird. Manche Spiele brauchen ja die eine oder andere Partie, bis man dann reinfindet. Ich bin gespannt, was wir da zutage tragen werden. Und jetzt geht's los mit dem ersten Spiel auf Platz 10. Auf Platz 10 habe ich Einspruch gesetzt. Einspruch ist ein Spiel, bei dem der eine Spieler, das ist ein reines Zweispielerspiel, bei dem der eine Spieler den Ankläger spielt und der andere Spieler spielt den Verteidiger. Und als ich das so gehört habe vom Setting und so, war ich erst mal richtig begeistert. Da dachte ich so, wow, richtig cool, richtig geiles, ja, es ist so ein Duell, Zweispielerspiel, bei dem man, ja, sich so mit Argumenten fetzen kann, bei dem man irgendwie einen Fall gewinnen möchte. Aber nein, es ist leider tatsächlich alles andere als das. Setting bietet das. Ja, okay, die Karten, die man in der Hand hat, es ist ein reines Kartenspiel. Die beschreiben teilweise, ja, Indizien, die beschreiben Beweise, irgendwelche Zeugen und so weiter und so fort. Aber das Problem ist, bei dem Spiel, ja, geht es nicht darum, Argumentationen irgendwie aufzubauen, seine Argumentationen aufzubauen, irgendwie jemanden zu verteidigen oder irgendwie jemanden anzuklagen, sondern es geht einfach darum, Karten mit den richtigen Symbolen auszuspielen. Und es ist wirklich, 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 wirklich richtig öde, muss man sagen. Und ich habe einfach was ganz anderes erwartet und war halt extremst enttäuscht, als ich es dann gespielt habe. Und deswegen, ja, bereue ich den Kauf, vor allen Dingen, weil ich auch tatsächlich einfach die ersten beiden Erweiterungen direkt mitgekauft habe. Und das war einfach völlig blöd, muss man einfach sagen. Ich habe das Grundspiel gespielt, ein, zwei, drei Mal. Ja, ich habe es sogar ein paar Mal öfter gespielt, aber die Erweiterung habe ich nie ausgepackt und werde ich auch nie auspacken. Und das Spiel liegt, ja, seit mehreren Monaten, fast schon Jahren jetzt auf meiner Verkaufsliste. Aber, ja, es ist wohl noch nicht günstig genug, als dass ich es loswerde. Aber, ja, das ist so ein Spiel, was mich wirklich sehr enttäuscht hat. Da hätte man so viel draus machen können. Ja, ich warte noch auf dieses Anwaltsspiel, bei dem man, ja, eine Argumentationskette aufbauen muss, bei dem man Indizien interpretieren muss, bei dem man Beweise vorlegen muss. Das wäre irgendwie cool, wenn es noch so ein bisschen thematischer wäre, wenn man sich so richtig wie im Gerichtssaal fühlt. Ja, das haben wir hier leider bei Einspruch überhaupt nicht und deswegen gekauft und direkt bereut. Auf Platz 9 habe ich Maui gesetzt. Maui ist ein Spiel, was ich mir damals auf der Messe gekauft habe. Boah, ich weiß gar nicht, war es letztes Jahr? Ich glaube nicht, ich glaube, es war vorletztes Jahr. 20, 22 müsste das gewesen sein. Ein Spiel, was so ein bisschen in so einem Strand-Setting daherkommt, es geht darum, dass wir so Handtuch reinlegen müssen. Und es sah echt cool aus, hatte auch irgendwie schöne Komponenten, so kleine Plättchen. Aber man muss einfach sagen, ich hatte ein bisschen was anderes erwartet, ich hatte ein bisschen was Kniffligeres erwartet. Es ist halt auch von Nextmove Games, glaube ich, die auch Asul gemacht haben und so. Ich dachte, das wäre so ein bisschen, ja, so ein richtig cooles, abstraktes Legespiel, wo sie ein richtig cooles Setting drauf gemacht haben. Ja, es geht aber einfach nur darum, so Handtuch reinzulegen und ich muss sagen, das war einfach richtig lame. Ich habe es auch zwei-, dreimal gespielt und dachte so, hm, okay, that's it. Das war es irgendwie, ja, war extremst enttäuscht und ich habe es dann auch direkt wieder verkauft nach drei Partien. Ja, wir haben es direkt auf der Messe einmal gespielt, dann noch zweimal zu Hause und dann war es auch so, ja, die Luft ist raus. Daraus braucht man nicht tatsächlich viel zu seicht. Ich glaube, das ist auch eigentlich, ja, der Hauptgrund, würde ich sagen, warum ich so enttäuscht war, weil ich mir einfach was ein bisschen Komplexeres vorgestellt hätte, ein bisschen was mit mehr Anspruch und deswegen, ja, fand ich dann Maui nicht so cool. Ich würde nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist, es war einfach nur irgendwie nicht den Erwartungen entsprechen, die ich hatte und deswegen gekauft und bereut. Dann Platz 8 geht an einen großen Kickstarter, den ich damals mitgemacht habe und der auch so ein bisschen in unserer Community, ja, so ein bisschen Meinungsverschiedenheiten hervorgerufen hat. Es geht um Merchants Cove. Merchants Cove ist ein wirklich sehr üppiges Spiel mit sehr viel Material, mit sehr coolem Material, muss man auch sagen. Es sieht wirklich unglaublich schön aus. Es geht darum, dass wir solche Händler sind und wir als Händler haben alle so unterschiedliche Spezialfähigkeiten. Das heißt, man hat quasi, ja, wenn man irgendwie der Schmied ist, hat man so einen Würfelmechanismus, also man hat quasi ein Spiel im Spiel. Dann gibt es ja einen Charakter, der hat irgendwie so einen Push-Your-Lack-Mechanismus. Es gibt einen Charakter, der hat so einen Roll-and-Ride-Mechanismus. Also es gibt die unterschiedlichsten Charaktere, die jeweils immer noch so einen kleinen eigenen Mechanismus haben. Und dann geht es darum, diesen Mechanismus irgendwie möglichst klug, ja, zu kombinieren oder einzusetzen und dann möglichst viele Waren herzustellen und diese dann zu verkaufen. Und an sich klang das mega cool. Ich fand die Kampagne auch richtig gut. Es war auch echt für den Preis, war es viel Material und wirklich, ja, top, muss man sagen. Ich bin natürlich auch all-in gegangen, aber man muss sagen, vom Anspruch auch wieder hier, es ist einfach zu wenig gewesen. Die Minispiele waren wirklich sehr leicht, es war sehr simpel. Man wusste genau sofort irgendwie, wie man das spielen muss, wie der beste Weg ist, um da möglichst effektiv zu sein. Und es ist aber auf der anderen Seite nicht so gewesen, dass das Spiel so einfach war, dass man es mal eben auf den Tisch bringen kann und mal eben losspielen kann, ohne irgendwie die Regeln zu erklären. Die Regeln waren dann doch irgendwie viel zu kompliziert am Ende und nicht komplex genug. Ja, ich habe nicht alle Charaktere ausprobiert. Ich habe teilweise meine Erweiterung dann auch ungesehen oder ungeöffnet dann auch wieder verkauft, den kompletten All-In-Pledge. Ja, und da muss ich auch sagen, also direkt nach der ersten Partie war es so, ah, gekauft und bereut. Dann auf Platz 7 möchte ich einmal Mercado de Lisboa nennen. Mercado de Lisboa ist ein etwas kleineres Spiel von Vita Lacerda und noch einem Co-Autor, oder ich glaube sogar Vita Lacerda war der Co-Autor. Und es geht darum, dass wir in Lissabon einen Markt aufbauen müssen mit Marktständen und dort müssen wir Waren verkaufen. Und das Spiel ist im Grunde genommen einfach eine Auskopplung aus Lisboa. Es geht um einen speziellen Mechanismus aus Lisboa. Tatsächlich, ich habe Lisboa selber nie gespielt, aber bei diesem Marktmechanismus oder diesem Marktstandmechanismus geht es darum, ja, diese Marktstände möglichst gut zu platzieren, dann bestimmte angrenzende Reihen zu bilden, um dann, ja, solche Effekte auszulösen. Und, ja, da gibt es verschiedene Warenstände, die man dann irgendwie kaufen kann oder sich holen kann, die man dann irgendwo platzieren kann. Und dann muss man halt, ja, dieses Feld möglichst clever platzieren. Und es wirkte auch einfach tatsächlich so, als ob das aus irgendeinem Spiel genommen wurde, dann dieser Mechanismus. Und es wirkte einfach nicht komplett. Es wirkte, es wirkte irgendwie so, und jetzt? Also, es wirkte so, wo ist denn der Rest des Spiels? Also, man hatte nicht das Gefühl, dass das das komplette Spiel ist. Und jedes Mal, wenn ich das gespielt habe und ich habe es, glaube ich, drei, vier Mal gespielt, war ich irgendwie nicht happy damit. Ich war, ja, auch da war es so, hm, ach ja, ich weiß nicht, ich würde lieber ein Spiel spielen, was irgendwie noch einen zweiten Mechanismus hat. Oder ich würde gerne, ich hätte gerne mehr Verzahnung da drin. Oder, ja, irgendwie hat es mich überhaupt nicht gecatcht und ich war dann wirklich sehr enttäuscht. Das ist tatsächlich der erste Lazerda, bei dem ich sage, wow, ich bin richtig enttäuscht. Und ich habe es dann auch wieder verkauft. Also, ja, gekauft und bereut. Auf Platz sechs nehme ich mal World Wonders im Deutschen Weltwunder. Das Spiel habe ich mir letztes Jahr auf der Messe gekauft. Es ist ein Spiel, ein Plättchenlegespiel, bei dem wir unser Tableau mit Wegen und so Wiesen pflastern müssen und mit so Stadtbauteilen. Also, es sind einfach so kleine Puzzleteile, es ist ein kleines Puzzlelegespiel. Und der Gag ist, dass wir zusätzlich zu diesen normalen Plättchen Weltwunder bauen können. Diese Weltwunder kommen immer, ja, relativ zufällig aus dem Beutel. Es gibt immer, ja, zufällige, die verfügbar sind, die man dann bauen kann. Und die sehen einfach sehr cool aus, muss man sagen. Denn das sind alles solche 3D-Figuren, also aus Holz. Die sehen alle unterschiedlich aus. Es macht wirklich sehr viel her. Es sieht wirklich toll aus auf dem Board. Also, für so ein Puzzlelegespiel hat es eine wirklich tolle Tischpräsenz, muss man sagen. Aber der Mechanismus ist einfach wirklich lame. Denn, ja, gut, das normale Draften von diesen Stadtbauteilen und den Wegen und so, das ist in Ordnung. Da kann man, ja, da kann man wie in so einem ganz normalen Puzzlespiel über einen bestimmten Mechanismus sich so Teile sammeln und die auf seinem Board platzieren. Aber der Mechanismus der Weltwunder ist halt einfach total schlecht, muss ich sagen. Oder gefällt mir einfach nicht. Denn man kann, man weiß immer nicht ganz genau, okay, welche Weltwunder sind wann zur Verfügung, stehen wann zur Verfügung. Das heißt, man kann seinen normalen Puzzleplan gar nicht irgendwie vorbereiten und auf irgendwas hinbauen, wo man vielleicht ein cooles Weltwunder platzieren möchte. Sondern man muss immer die Weltwunder dann nehmen, die da kommen. Und dann sind die halt entweder sehr gut geeignet für das, was man bisher auf dem Plan gepuzzelt hat. Oder sie sind halt überhaupt nicht geeignet für das, was man auf dem Plan gepuzzelt hat. Und das heißt, man hat überhaupt keine, oder man hat sehr wenig Einfluss darauf, wie diese Weltwunder sich quasi auf die Punkte auswirken dann am Ende. Oder wie nützlich die sind. Und das ist dann echt sehr swingy, muss man sagen. Weil es gibt dann halt, ja, Weltwunder, die dann plötzlich bei dem anderen richtig, richtig cool reinpassen. Der kauft die. Und, ja, dann sitzt man da und denkt so, ja, cool. Und bei mir wäre es halt total kacke gewesen, aber es ist halt irgendwie Zufall, weil man nicht weiß, welches Weltwunder wann kommt. Hm, ja, hat mir ja überhaupt nicht gefallen. Ich habe es tatsächlich auch nur einmal gespielt und habe es dann auch direkt wieder verkauft, die englische Version, die ich mir dann auf der Messe geholt hatte. Ich fand es auch leider, ja, vom Preis her ziemlich krass. Es ist halt eine riesige Packung, muss man sagen, für so ein kleines Puzzle-Legespiel. Und da muss ich einfach sagen, also es gibt tausendfach bessere Puzzle-Legespiele als das mit Wildtide West, mit Planet Unknown. Ja, und es gibt hier Bärenpark zum Beispiel auch. Das sind alles so Klassiker oder Bärenpark ist vielleicht ein Klassiker, die anderen vielleicht nicht. Aber das sind alles Puzzle-Legespiele, die ich tausendmal vorziehen würde von diesem World Wonders. Und, ja, diese Weltwunder täuschen einfach so ein bisschen drüber hinweg, wie schlecht das eigentlich ist, das Spiel. Und deswegen, ja, gekauft und bereut. Auf Platz 5 möchte ich von Senjitsu Battle for Japan erzählen. Das ist tatsächlich ein Spiel, was ich mir im Zuge der 100. Gespielt-Folge, die ich gemacht hatte, gekauft habe. Da kam der Vorschlag von euch, dass ich mir das mal angucken sollte. Und da eigentlich auch unser Plan war, dieses Jahr nach Japan zu fliegen, was wir tatsächlich komplett gecancelt haben. Ist aber eine andere Geschichte. Ja, habe ich es mir angeguckt. Und, ja, ich war sehr gehypt darauf, weil ich das Thema cool finde. Ich fand dieses Japanische, also, ja, alles, was so japanisch angehaucht ist, interessiert mich sehr. Und das finde ich einfach richtig cool vom Thema. Und es ist ein reines Zweispielerspiel. Nee, oder ist es überhaupt ein Zweispielerspiel? Ich glaube, man kann das sehr gut zu zweit spielen, was so ein Battle-Game ist. Aber, lass mich nicht lügen, ich habe es auch nicht mehr hier. Vielleicht kann man das auch mit mehreren Leuten spielen. Und dann geht es darum, dass jeder ein Kart-Deck hat, was man sich auch selber zusammenstellen kann. Aber es gibt auch so pre-defined Decks, die man sich zusammenstellen kann. Und dann hat man so eine Arena, wo man zusammen Tübi rumläuft. Da sind noch so Obstacles auf so Hexteilen. Und dann geht es darum, die Karten irgendwie so auszuspielen, dass man sich gegenseitig battelt. Also, man möchte dann in Positionen kommen. Dann möchte man irgendwie eine Kampfkarte ausspielen, die dann so und so viel Schaden macht. Auf irgendwelchen Feldern drumherum und so. Und es hat mich halt überhaupt nicht gecatcht, muss ich sagen. Also, überhaupt nicht. Das Problem ist, glaube ich, bei diesem Spiel, dass man die Karten kennen muss. Man muss die Decks kennen. Man muss das, glaube ich, echt oft gespielt haben, um zu checken, was cool ist, was gut ist. Welche Karten man wann ausspielen sollte. Es hat mich überhaupt nicht abgeholt. Und bin ich auch überhaupt nicht eingedrungen so tief in die Materie. Das kriege ich einfach auch tatsächlich nicht hin bei der Vielzahl an Spielen, die ich hier so durchrudel. So ein Spiel, ja, so tief und so oft zu spielen, dass ich da jede Karte kenne. Dass ich da genau weiß, welcher Charakter wie gut ist. Es ist halt einfach, ihr müsst euch das ein bisschen wie unmatched, ein bisschen komplizierter vorstellen. Unmatched, das kriege ich gerade noch hin. So, da sage ich, okay, die Charaktere, die und die Eigenschaften, das spielt man dann zweimal irgendwie und dann hat man es raus. Aber bei diesem Senjitsu, muss ich sagen, also ich glaube, so nach fünf Partien hätte ich dann annähernd gewusst, welche Kartenarten es gibt. Auch die Regeln, super kompliziert, super komplex. Tausend verschiedene Dinge, die man bei da beachten muss. Ich habe mich echt richtig durchgequält. Also ich habe auf jeden Fall länger die Regeln gelesen und mich mit den Regeln länger beschäftigt, als ich selber das Spiel gespielt habe, weil ich es dann auch echt nicht spaßig fand. Ja, und deswegen, ja, zu Glück, ich weiß gar nicht, habe ich es gebraucht. Auf jeden Fall habe ich es schon wieder verkauft und deswegen, ja, gekauft und bereut. Auf Platz vier habe ich ein Spiel, was mir tatsächlich doch Spaß gemacht hat, aber bei dem ich dann doch gesagt habe, gekauft und bereut. Es geht um Time Capsules. Time Capsules ist ein Spiel, bei dem wir, ja, durch die Zeit reisen, beziehungsweise bei dem wir Kugeln öffnen, so Plastikkugeln. Dann tun wir Sachen in diese Plastikkugeln rein und später können wir diese Plastikkugeln wieder öffnen, um die Materialien aus diesen Plastikkugeln irgendwie zu nutzen, um mehr Materialien zu erstellen, um diese wieder in die Plastikkugeln zu setzen. Das heißt, wir haben im Grunde genommen, ja, so ein Ressourcenmanagement mit Cooldown. Denn, ja, diese Kugeln bekommen wir immer nur in jeder zweiten Runde wieder zurück. Das heißt, die sind immer erstmal auf Cooldown und dann können wir wieder was mit denen anfangen. Das sind so Würfel, das sind so kleine Plättchen, mit denen wir uns Karten kaufen können, etc. Und das Spiel ist an sich eigentlich ganz cool, muss man sagen. Also mir hat es eigentlich Spaß gemacht. Da gibt es so ein paar Sachen, die man irgendwie, man kann so Würfel upgraden, das ist ziemlich cool. Die Materialien finde ich auch echt ganz nett. So vom Aussehen und so. Ich finde es ein bisschen das Zählbord, das ist ein bisschen lame. Aber gut, okay. Hat irgendwie Spaß gemacht, ist auch relativ fluffig, geht relativ schnell. Aber man muss einfach sagen, für den Preis habe ich es bereut. Also das ist wirklich arschteuer, dieses Spiel, weil halt diese komischen Plastikkugeln dabei sind. Wo ich mich frage, na gut, es ist halt einfach nur Plastik. Ja, das kann doch gar nicht so teuer in der Herstellung sein. Also ich finde es einfach deutlich zu teuer für das, was es ist. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich sage, gekauft und bereut, obwohl es kein schlechtes Spiel ist. Ich habe es auf meinem Verkaufsstapel, einfach weil ich glaube, das wird nicht mehr wert. Und ich glaube auch nicht, dass ich so häufig noch spielen werde, weil ich habe, glaube ich, alles gesehen. Ich habe es jetzt echt oft gespielt und es hat wirklich Spaß gemacht, aber ich glaube, ich reiche jetzt auch. Und es nimmt vor allen Dingen auch viel Platz im Regal weg, was ich, ich habe halt tatsächlich meinen Regalplatz wirklich sehr begrenzt in letzter Zeit. Und ja, deswegen ist es einfach mal ein Verkaufsstapel. Aber ja, also für den Preis, sorry, ich kann euch das auch, ich kann euch das fast auch gar nicht empfehlen, das so zu kaufen. Außer ihr kriegt das wirklich für einen Schnapperpreis, weil das Spiel gibt es dann am Ende nicht her. Ja, ja, gekauft und bereut. Auf Platz 3 mal wieder eines dieser Spiele, die ich einfach nicht gecheckt habe. Oros. Oros ist ein Spiel, bei dem wir Inseln erschaffen, Berge erschaffen und dann mit diesen, mit so kleinen Leuten auf diesen Bergen rumlaufen, um dann da irgendwie auf verschiedenen Plateaus Dörfer zu bauen. Wir haben relativ viel Mechanismen in dem Spiel. Wir haben noch so Fähigkeiten, die wir entwickeln können. Wir haben halt diesen Puzzle-Mechanismus auf dem Board. Wir haben so einen Verschiebe-Mechanismus. Wir haben ja einen Terrain-Building-Mechanismus. Also es hat echt viel zu bieten, muss man sagen, das Spiel. Aber ich habe, ich, also weiß ich nicht, die ist fast schon ein bisschen zu kompliziert, muss ich sagen. Also mir war es zu kompliziert. Wir haben es zweimal gespielt. Und bei der zweiten Partie hatte ich es immer noch nicht gecheckt, wie man es spielt. Und es fühlte sich so ein bisschen an wie, ja, okay, ich weiß gar nicht, was ich hier tue. Ich stecke da mal so ein Plättchen rein oder ich lasse da mal so eine Insel erschaffen. Aber ob das gut ist oder ob das sinnvoll ist, ob das mir mehr hilft als meinem Gegner, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Außerdem mussten wir jedes Mal nachgucken bei irgendwie den Legeregeln und Verschieberegeln und wann man wo was upgraden kann und wo nicht. Wir haben so oft in der Anleitung nachgeguckt, wie das geht und was man machen darf und was nicht, dass es schon echt nervig war, muss man sagen. Also ich würde sagen, das Spiel sieht geil aus, das Spiel hat einfach geile Mechanismen. Aber es scheitert bei mir einfach persönlich daran, dass mir das ein bisschen zu kompliziert ist. Ja, und deswegen Oros, also ich würde es gerne mal mit jemandem spielen, der das richtig gut kann. Der mir dann auch erklären kann, bei dem ich nicht derjenige bin, der irgendwie immer an den Regeln nachschlagen muss, sondern der das alles aus dem FF weiß, mir das gut erklären kann und dann finde ich es vielleicht auch cool. Aber in dem jetzigen Zustand, muss ich sagen, gekauft und bereut. Auf Platz 2 habe ich Nemesis Doctor Who gesetzt. Davon hatte ich auch in einem gespielt Video schon mal berichtet. Ich habe es seitdem tatsächlich auch nicht wieder gespielt und, oh ja, schrecklich, muss man sagen. Ich hatte es mir gekauft, ich hatte es irgendwie importieren lassen, weil ich gehört habe, oh cool, Gale Force 9 bringt so ein Doctor Who Spiel raus, bei dem wir die Nemesis von Doctor Who spielen, also Daleks und diese Roboter und ja, alle Nemesis, die es da so gibt. Und dann geht es darum, dass wir uns gegenseitig battlen. Wir haben Karten auf der Hand und wir müssen versuchen, ja, den gegnerischen Doktor zu fangen. Und dann gibt es da noch andere Siegbedingungen, die ich auch nicht so ganz gecheckt habe, muss man sagen. Die englischen Regeln fand ich relativ kompliziert. Ich dachte eigentlich immer, ich kann Englisch ganz gut lesen und verstehen und ein bisschen sprechen und so. Das passt eigentlich alles, aber das habe ich tatsächlich teilweise, musste ich Sätze einfach fünfmal lesen, bis ich sie verstanden habe. Und dann dachte ich, ich habe sie verstanden und habe aber die Regeln trotzdem nicht verstanden. Und echt auch wieder so ein Spiel, was ich auch nicht, ich konnte es dann auch nicht erklären richtig. Wir haben es versucht, uns irgendwie so ein bisschen herzuleiten, was man vielleicht wo machen kann, welche Karten man wo unterschieben kann, wie Karten von A nach B rotieren. Ich habe mir auch Regelvideos angeguckt und dann habe ich es aufgegeben. Also muss ich sagen, also ich glaube für Doctor Who Fans ist das ziemlich cool, weil diese Originalabbildungen auch von den Assistants oder wie sie heißen sind, auch von den Doktoren und so richtig, richtig cooles, ja Fan, würde ich sagen, richtig cooles Fangame, was aber für den Otto Normalo viel zu kompliziert ist und auch irgendwie nicht cool genug, muss man sagen. Und da habe ich natürlich dadurch, dass ich das aus dem Ausland habe mir kommen lassen, auch viel zu viel dafür bezahlt und dann habe ich auch gesagt, so nach der ersten Partie absolut sofort gekauft und bereut. Ja und auf Platz 1 ein Spiel, da muss man glaube ich einfach sagen, das ist einfach schlecht. Und zwar geht es um Arabella. Arabella ist ein 18xx Roll and Ride. So, da fragt man sich erstmal, wie geht das zusammen, denn 18xx Spiele sind ja irgendwie die krassesten Games, die es irgendwo gibt, so von wegen Zeitfaktor und was man alles beachten muss und wie schnell man abgehängt sein kann am Anfang, wie, ne, ich habe mal versucht ein 18xx online zu spielen und bin gescheitert, weil ich auch die Regeln nicht richtig drauf hatte und mir hat es auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Aber ich kann sagen, dieses Arabella 18xx Roll and Ride ist einfach ein richtig schlechtes Spiel. Ich habe mich auch in Foren umgeguckt, um zu gucken, ob ich da irgendwas übersehen habe, ob das Spiel vielleicht irgendwie nicht zu Ende designt wurde und ich glaube, ja, es ist so. Es wurde dann irgendwie fertig gemacht und es ist einfach, es funktioniert einfach nicht. Denn man macht immer dasselbe. Also es geht beim 18xx Roll and Ride darum, wir haben einen Block und wir müssen auf diesen Block unsere Strecken einzeichnen. Wir müssen dann Züge kaufen in bestimmter Länge oder Wertigkeit und diese dann auf unseren Strecken fahren lassen, so ganz grob gesagt. Also, ja, und dann muss man halt irgendwie mit seinem Geld haushalten, man muss irgendwie Aktienanteile kaufen und so weiter und so fort. Und man macht immer das Gleiche und es ist immer klar, was der beste Move ist. Denn man macht immer genau eine Aktion. Also, das ist halt super schlecht, super schlecht. Oder zwei Aktionen sind es im Grunde genommen. Man macht immer zwei Aktionen irgendwie so abwechselnd. Und das funktioniert einfach überhaupt nicht. Und was soll eigentlich diese komische Katze auf dem Cover, die überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hat? So eine süße Katze verkauft sich natürlich irgendwie toll und sieht irgendwie cool aus im Regal. Aber es hat gar nichts mit dem Spiel zu tun, mit dieser kleinen Holzeisenbahn, die da noch zu sehen ist. Also, sorry, was ist das für ein Kack-Game? Und da muss ich einfach sagen, es ist wirklich das... Ich glaube, von den Spielen, die ich heute genannt habe, von den zehn Spielen, es ist wirklich das einzige richtig schlechte Spiel. Und deswegen, weil es so ein unglaublich schlechtes Spiel ist, muss ich sagen, gekauft und bereut. Das war es mit meiner Top Ten. Ich bin gespannt, ob ihr auch solche Spiele habt. Und ja, schreibt gerne mal, ob eins von diesen zehn Spielen euch wirklich gut gefällt. Denn ja, ich kann... Also, es ist bestimmt der eine oder andere dabei, der vielleicht ein Fan von Oros ist oder vielleicht auch von Weltwunder oder weiß ich nicht. Von den anderen kann ich es mir kaum vorstellen. Doch wobei bei Merchants Caves, sage ich noch, da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Fan. Ich bin gespannt. Und ja, und dann können wir vielleicht ein bisschen diskutieren, was uns an den Spielen nicht so gut gefällt. Was uns vielleicht gut gefällt, habe ich aber ja auch schon so ein bisschen genannt. Und ja, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, auf euer Feedback, auf diese Top-Liste. Und würde mich natürlich über eure Unterstützung hier auf meinem Kanal freuen, indem ihr ein Abo dalasst und mir einen Daumen nach oben gebt, falls euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, dann schaut doch gerne noch ein weiteres Video hier auf meinem Kanal. Stöbert ein bisschen. Oder ihr nehmt einfach einen von diesen beiden Vorschlägen. Hier oben ein Video, ein gespielt Video aus den letzten Tagen und Wochen. Hier unten ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Vielleicht ist da was für euch dabei. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao. Ciao.